Mama, Mama, darf der Tim heute hier übernachten? Nee, tut mir leid, mein Schatz, heute nicht. Hm. Und, was hat sie gesagt? Also, gerade hatte sie Nein gesagt. Oh. Aber wenn du sie fragst, dann sagt sie bestimmt Ja. Hm, ich weiß nicht. Doch, glaub mir. Na gut. Ähm, Entschuldigung? Was möchtest du denn? Darf ich vielleicht hier übernachten? Also, wenn du schon so nett fragst, dann will ich mal nicht so sein. Du kannst gerne hier übernachten. Danke. Ja, Mann.